Hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Yoga-Praxis auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Yvonne und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, heute machen wir seit längerer Zeit mal wieder eine Yin und Yang-Praxis der Polaritäten. Das heißt also, wir werden zuerst uns bewegen und dann die Pose länger halten. Dann bewegen wir uns wieder und dann halten wir die Pose wieder länger, so dass du wirklich ganz in Spüren kommst, was macht jetzt eher dieser kraftvolle Bewegungsteil mit mir und wie ist es dann in die Entspannung zu gehen und wirklich richtig zu spüren loszulassen. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie es dir gefallen wird und wie immer, wenn wir Yin-Teile üben in unseren Klassen, möchte ich dich bitten, deine Hilfsmittel zu holen, mit denen du gewohnt bist, zu arbeiten. Falls du jetzt zum ersten Mal hier bist, kein Problem, dann schau doch mal, ob du zuhause Kissen hast, ob du vielleicht auch Yoga-Blöcke hast, wenn du mit Yoga-Praxen vertraut bist, vielleicht hast du sogar ein Bolster, ansonsten auch gerne so eine Rolle, die du vielleicht zuhause hast, so eine Sofa-Rolle, so eine Nackenrolle, vielleicht im Bett oder eben sehr gerne auch eine Decke, so eine festere Decke, die man dann auch zusammenrollen kann oder falten kann, das ist immer mega nützlich. Genau, also pausiere kurz das Video und wir sehen uns gleich wieder. Gut, also jetzt, wo du deine Hilfsmittel parat hast, komm doch in einen Sitz, der jetzt für dich passt. Wir machen eine ganz kurze Ankommensequenz, sodass du erstmal reinspüren kannst, wie es dir geht. Und dazu kannst du zum Beispiel, wenn du eine Decke hast, diese falten und dich auf diese gefaltete Decke setzen, sodass dein Becken etwas erhöht ist im Vergleich zu deinen Knien. Das ist immer ganz angenehm, auch hier fürs Becken. Du kannst selbstverständlich auf deinem Kissen sitzen oder auf einem Block, das, was für dich am besten passt. Du musst auch nicht kreuzbeinig sitzen und kannst sehr gerne auch im Fersensitz sitzen. Schau mal, was, wie gesagt, für dich heute am besten funktioniert. Und dann möchte ich dich einladen, für einen Augenblick die Augen zu schließen. Falls das nichts für dich ist, ist kein Problem, dann schau einfach auf einen Punkt vor dir auf der Matte oder auf dem Boden, der sich nicht bewegt, sodass du trotzdem ein wenig zur Ruhe kommen kannst. Und wo immer du bist, wende deine Aufmerksamkeit nach innen und schau erstmal, wie bist du jetzt hier auf der Matte angekommen? Wie geht es dir heute? Und es geht jetzt nicht darum, etwas zu bewerten, ob etwas gut oder schlecht ist, sondern einfach nur zu schauen, was jetzt gerade da ist. Sei Beobachter. Wenn du das Gefühl hast, dir schießen ganz viele Gedanken durch den Kopf, ist das völlig in Ordnung. Schau sie dir einfach an, so wie wenn du von außen mit einem Fernglas auf deine Gedanken drauf schaust. Vielleicht kannst du auch noch Geräusche hören um dich herum, obwohl du deine Aufmerksamkeit nach innen gelenkt hast. Dann schau auch hier nochmal einen Augenblick auf diese Geräusche. Vielleicht wollen sie nochmal gehört werden. Und dann wende dich wieder nach innen. Lass Gedanken und Geräusche, vielleicht auch Gefühle, die gerade noch hochkommen, einfach da sein. Im Hintergrund sind sie noch da, aber du schaust sie dir jetzt nicht mehr genauer an. Du lässt sie einfach so, wie sie gerade sind. Und dann wendest du dich deinem Atem zu, wie er kommt und geht. Durch die Nase ein und aus. Ich spüre deinen Körper, wie er jetzt hier sitzt, auf der Unterlage. Eine aufrechte Wirbelsäule. Erlaube dir, ganz im Hier und Jetzt anzukommen. Mache dir bewusst, dass diese Yoga-Praxis nur für dich ist. Du bist selbst dein bester Lehrer. Das heißt, wenn irgendwas, was ich anleite, für dich heute nicht passt, dann variiere immer so, dass es für dich gut ist. Yoga ist eine ganz individuelle Praxis. Und nimm hier die letzten, bewussten Atemzüge durch die Nase ein und aus. Spanne deine Bauchdecke. Spanne deine Schultern. Kiefer. Und wenn du soweit bist, dann kannst du die Augen wieder öffnen. Und bevor wir loslegen mit der eigentlichen Praxis, wollen wir ein wenig den Körper vorbereiten, so dass du wirklich auch das Gefühl hast, du bist parat, indem wir einfach mal ein paar Mal die Schultern jetzt kreisen, ganz langsam und achtsam, einfach über vorne oben mit dem Einatmen bis zu den Ohren und hinten unten mit dem Ausatmen zurück. Mach das mal ein paar Mal einfach in deinem eigenen Tempo, in deinem eigenen Atemrhythmus, einfach um die Partie, die immer so gerne so verspannt ist von Anfang an, schon mal einzuladen, sich zu lösen. Dann wechselt die Richtung, einatmen, hinten oben zu den Ohren, ausatmen, vorne unten. Richtig schön bewusst. Und dann kannst du den Nacken auch noch mal ganz kurz dehnen, indem du das rechte Ohr zur rechten Schulter fallen lässt, ein bisschen mit deinem Kinnwinkel spielst, mal schaust, wo da im Nacken vielleicht noch die eine oder andere verspannt ist, in deinem Kinnwinkel spielst, wenn du in deinem Kinn bist, bleib nicht lange hier und dann roll dein Kinn über die Mitte, zur anderen Seite, spür auch hier mal, linkes Ohr, linke Schulter, fühlt sich das an. Super, roll dein Kinn nochmal zur Mitte, lass einen Augenblick das Kinn auf der Brust hängen, die hintere Nackenmuskulatur zuzudehnen. Und dann heb dein Kinn wieder an und dann geht es weiter, indem wir jetzt wirklich die erste Position einnehmen. Und zwar kannst du jetzt mal das rechte Bein ausstrecken zur Seite und eben deinen linken Fuß angewinkelt lassen. Falls du im Fersensitz warst, kannst du dich jetzt umsetzen und schau auch, dass du jetzt wirklich, wenn du weißt, dass dein Becken nicht so leicht nach vorne kippt von sich aus, dass du dir wirklich jetzt die Decke unterlegst. Weil dann merkt man, dass man nicht so zurückrollt mit dem Becken, sondern dass das Becken viel leichter aufrecht bleibt oder eben auch dann nach vorne kippt. Denn wir wollen jetzt mal zuerst mit der Vorwärtsbeuge aktiv arbeiten. Dazu drehst du dich ein wenig nach rechts rüber, über dein rechtes Bein. Kannst hier das Knie ein wenig mitnehmen an der Stelle. Und jetzt kommen wir so in eben erst diesen dynamischen Flow, indem wir auch den Fuß jetzt aktiv halten. Das heißt also, du bringst die Zehen nach oben, so richtig den Fuß auch anspannen, flexen. Und du merkst dann auch, dass dein Bein wirklich arbeitet. Die Rückseite des Oberschenkels ist angespannt. Ich hoffe, das geht jetzt mit meinem Mikro. Und dann nimmst du die Arme nach oben, ziehst dich lang und ausatmen, kommst du jetzt nach vorne tief. Aber halte den geraden Rücken. Und dann nimmst du die Arme wieder zurück, bringst sie wieder nach oben, schreckst dich zur Decke und kommst wieder ausatmen, tief. Setz die Arme egal wo auf, wo dein Rücken noch gerade ist und du halt Richtung Fuß schaust. Wieder die Arme zurück, wieder einatmen, ausatmen, ein, ich glaube wir haben jetzt vier und fünf. Wir machen das Ganze zehnmal. Sechs, sieben, zähl du für dich in deinem eigenen Atemrhythmus, acht bei mir. Jetzt müsste mein letzter kommen. Und wenn du dann unten bist, nach deinem letzten, dann bleib unten. Achtung, löse den Fuß, dass also hier alles locker wird. Und dann kannst du den Rücken rund machen und tief sinken. Und jetzt schau mal, wie sich das bei dir für deinen Nacken anfühlt. Wenn du das Gefühl hast, das zieht mir zu sehr im Nacken, dann kommen jetzt deine Hilfsmittel ins Spiel. Das heißt, jetzt kannst du hier zum Beispiel einen Block unterstellen. Entweder so auf das Bein legen, neben das Bein, innen, außen. Kommt auch ganz auf deinen Rücken an, wie sich das für dich anfühlt. Wenn du so schon tief kommst, aber sagt es einfach unangenehm, dann leg die Stirn auf ein Kissen. Oder du bringst eben dein Bolz da zum Einsatz. Wenn du eins hast, auch wieder entweder neben dem Bein oder auf dem Bein. Also kannst auch so über das Bein. Also schau wirklich, was für dich jetzt die beste Position ist, um ein wenig in Ruhe zu kommen. Für mich ist heute der Block so in einer angenehmen Höhe. Und dann lass wirklich den Rücken rund werden. Der darf jetzt rund werden. Dann reichen wir viel besser mit dieser Yin-Variation jetzt die Rückenfaszie. Eben wollten wir in der Hauptsache die Muskulatur aufwärmen und kräftigen mit der aktiven Yang-Bewegung. Jetzt gehen wir in die Yin-Bewegung, also beziehungsweise in die Yin-Ruhe. Und das heißt, wir strengen uns jetzt nicht mehr an. Wir sind jetzt ganz passiv. Wir lassen die Schwerkraft ihre Arbeit machen. Und deshalb lass alles locker. Wenn du das Gefühl hast, dein Knie hat hier zu viel Druck, dann nimm die Decke oder hier dein Kissen und leg es unter die Kniekehle. Das ist eine ganz, ganz wunderbare Art, sich das Knie aufzupolstern. Also schau wirklich, dass dein Knie niemals wehtut. In keiner Yang- und auch in keiner Yin-Position ist ganz wichtig. Und dann genieß noch ein paar ganz bewusste Atemzüge hier. Und jede Ausatmung kannst du mir loslassen. Tiefer sinken. Es sei denn, du merkst, mir reicht das jetzt, dann kannst du es schon langsam auflösen. Ansonsten bleib noch einen Augenblick in dieser Position. Letzter Ausatmung. Und mit dem Einatmen stößt du die Hände in die Matte und kommst ganz langsam wieder nach oben ins Sitzen. Du kannst mal deine Hilfsmittel für den Augenblick aus dem Weg räumen. Du kannst dein Bein mal ausschütteln, hier ein bisschen ausklopfen. Und jetzt setze dich wieder ein wenig mittiger. Wir bringen hier wieder mehr Öffnung in die Beine. Und jetzt kommen wir schon zur Seitbeuge in der gleichen Position. Aber zuerst machen wir, wie gesagt, auch hier dann die dynamische Bewegung. Und das heißt, bring mal erst die Fingerspitzen einfach, die rechten Fingerspitzen auf der rechten Seite neben deinen Körper. Wenn du nicht mit den Händen auf die Matte so einfach drauf kommst, Entschuldigung, weil eben vielleicht deine Arme nicht zu lang sind, dann gerne mit den Blöcken arbeiten. Dann nimmst du rechts und links, nimmst du dir die Blöcke neben deinen Körper. Und dann, sonst lässt du sie einfach hängen. Hast du jetzt keine Blöcke, kein Problem. Also was wir jetzt einfach machen wollen ist, du bringst jetzt links den Arm einatmend nach oben und ziehst dann rüber auf die rechte Seite. Und das ja eine dynamische Bewegung ist, spür einfach, dass du den richtigen Winkel erwischst, stößt du dich rechts ab und kommst dann auf die andere Seite. So, und dann wechselst du zwischen diesen Positionen hin und her. Das heißt also immer rechts und links pendeln. Mach das jetzt mal ruhig für dich, während ich hier versuche, mein Mikrofon so zu befestigen, dass es sich nicht immer irgendwie an das T-Shirt ankruschelt. Ich glaube, beim nächsten Mal ziehe ich einfach wieder ein anderes T-Shirt an, das fester sitzt. Genau, und dann kommst du irgendwann, kommst du wieder zur Mitte, legst mal die Hände für einen Augenblick in den Schoß, spürst kurz nach. Und dann kommen wir in die Ruheposition, wieder über das rechte Bein. Und das heißt, du legst dich jetzt ganz bewusst mit dem Oberkörper Richtung rechtes Bein. Kannst hier so den Unterarm auflegen, wieder den linken Arm nach oben bringen, über den Kopf. Also so, dass du in eine Position kommst. Wo du merkst, dass du richtig schön die linke Seite aufdehnst. Und wenn du das Gefühl hast, das ist dir auch hier unangenehm, wieder hier den Block. Dann legst du den, stellst du den Block außen hin, kannst du den Winkel verändern. Wichtig ist wirklich, dass du es in der Seite generell merkst, dass du nicht zu sehr nach vorne kommst und nicht zu sehr nach hinten kommst. Also ein bisschen ist immer in Ordnung, aber wir wollen ja jetzt wirklich eine Seitbeuge halten. Und da ist es schön, wenn du auch die Position entsprechend findest, die das möglichst gut unterstützt. Du kannst auch, wie gesagt, je nach Winkel hergehen und den Arm vorne auf den Block bringen. Du kannst sehr gerne wieder mit deinem Kissen arbeiten. Schau mal einfach wirklich oder mit deinem Bolster. Keine Grenzen gesetzt. Und wenn du merkst, oh, mein Arm hier oben, der wird langsam müde, dann kannst du ihn super gerne einfach hinter den Kopf nehmen. Du kannst auch hier mit dem mithelfen. In diese Position komm, lässt den Arm einfach baumeln. Das geht auch. Oder eben legst ihn so auf. Oder was ich auch besonders gerne mache, ist, ich klappe den einfach ab und bringe ihn hinter den Rücken und lege den Handrücken an den Rücken hinten. So, dass du wirklich ganz locker und entspannt in dieser Position bleiben kannst. Dann merkst du immer noch eine Dehnung. Die ist nicht mehr ganz so intensiv, aber dafür hast du auch nicht das Gefühl, dass deine Schulter zu sehr arbeiten muss, weil was auch noch wichtig ist, in jenen Positionen wollen wir so wenig Muskelanspannung wie möglich. Das heißt also, möglichst viel Passivität. Und auch hier gilt natürlich wieder, wenn du merkst, mein Knie, das ist mir unangenehm, dann machst du wieder die Version mit dem Kissen unter dem Knie. Was ich auch ganz gerne mag, ist diese Version. Aufgestützt auf den Ellbogen. Und dann nimm dir noch ein paar Atemzüge wirklich ganz in Ruhe und für dich in deiner Position, die du gefunden hast. Und dann mach dich ganz langsam bereit dafür, die Position wieder aufzulösen. Nach dem nächsten Ausatmen, spann die Bauchmuskulatur an und dann heb den Oberkörper wieder an, komm zurück zur Mitte. Lass die Arme sinken, wo immer sie waren. Und dann kannst du das Kissen unter deinem Knie rausnehmen, falls es dort war. Alle Hilfsmittel erstmal wegtun und dann bringst du mal die Beine jetzt vor deinen Körper. Linkes Knie war jetzt ja auch eine ganze Zeit angelegt. Schüttel mal beide Beine wirklich ganz kräftig aus. Klopf sie nochmal aus, dass wir mal die Meridiane auch in den Beinen, die da nochmal richtig schön angesprochen werden. Wo jetzt auch unser Prana, die Lebensenergie, nochmal ein bisschen durch den Körper fließen kann. Oder eben das sogenannte stagnierte Qi. Bei den Chinesen heißt es Qi, bei den innen dann Prana. So, und dann kommen wir zur anderen Seite. Das heißt, du bringst jetzt das linke Bein nach außen und legst den rechten Fuß an. Und jetzt kommen wir wieder zuerst in die Version, wo wir die Vorbeuge, die aktive und die passive Vorbeuge machen. Das heißt, bring dir schon mal deine Hilfsmittel an den richtigen Ort, wenn du Hilfsmittel wieder benutzen möchtest. Und dann kommen wir zuerst wieder in diese aktive Geschichte, indem du den Arm halt hochnimmst, beide Arme hochnimmst. Und dann ausatmen, die Arme neben das Bein. Und dann kommst du mit geradem Rücken, wichtig, also mit geradem Rücken tief. Fuß ist ganz aktiv, Zehen sind angezogen, ganze Oberschenkel arbeitet, also oben auf dem Oberschenkel und Oberschenkelrückseite. Dann wieder einatmen nach oben, ausatmen wieder tief. Und das Ganze wieder zehnmal in deinem eigenen Atemrhythmus. Drei bei mir. Fünf bei mir. Sieben bei mir. Und der Letzte noch bei mir. Und wenn ich jetzt unten bin, jetzt bleibe ich hier, lass den Fuß, also löst die Anspannung im Fuß, der ganze Oberschenkel gibt nach. Hier kannst du wieder dein Kissen unterlegen. Und dann komm wieder in deine Variation der Vorbeuge in Yin-Style. Das heißt also, runder Rücken, lass die Anspannung los. Fühl den Unterschied zwischen geradem Rücken, rundem Rücken, zwischen der Entspannung im Bein und der Anspannung von vorher. Und nutze wieder die Schwerkraft. Und senke mit jedem Ausatmen tiefer. Und dann, wenn du dich in der Anspannung im Bein und der Anspannung im Bein und der Anspannung im Bein und der Anspannung im Bein. Und dann, wenn du dich in der Anspannung im Bein und der Anspannung im Bein und der Anspannung im Bein und der Anspannung im Bein. Und dann, wenn du dich in der Anspannung bist. Wieder aufzulösen nach dem nächsten Ausatmen. Stoß einatmend die Hände in die Matte und komm langsam wieder nach oben zum Sitzen. Du kannst die Hilfsmittel erst mal aus dem Weg räumen und dich wieder mehr zur Mitte drehen. kannst das linke bein ausschütteln aus klopfen noch mal zwischendran und dann kommen wir jetzt in die seitbeugen variante das heißt du weißt jetzt wie es geht ich muss gucken versuch mal jetzt ganz nach oben zu machen und das heißt also fingerspitzen fangen wir diesmal auf der linken seite ein linke fingerspitzen eben auf den boden oder gerne aufs kissen oder auf den block da mit dem rechten arm lang ziehen und rüber kommt so dass du wirklich schon merkt das ist eine schöne dehnung und dann stoß dich ab und wechsel die seite und mit dieser qualität wirklich dieses lang ziehen rechts und links pendelst du von einer zu anderen seite noch ein paar mal und wenn du jetzt auf der linken seite angekommen bist wieder bleibt kurz hier stoß dich nach oben und komm erst mal zurück in die neutrale mitte spüren augenblick nach ich bin die energie jetzt in deinen armen in deinen schultern in deinen seiten dann kommen wir wieder zu jenen variante der seitbeuge das heißt du weißt ja jetzt du kommst hier mit dem unterarm mit dem linken unterarm auf den unterschenkel zum beispiel auf jeden fall nimmst du den rechten arm entweder nach oben über den kopf denke auch an deinen nacken das heißt du kannst immer gerade ausschauen oder auch nach unten je nachdem was für deinen nacken am besten passt und entweder bleibst du hier oder du legst den arm ab oder eben du bringst den arm hinter den körper ich komme wieder in diese variation von hier obwohl auf der seite finde ich das gar nicht mal so gut ohne kissen genau ich mache das kissen vielleicht erst mal wieder unters knie schau auch mal für dich ein so ist wieder super so ist für mich denkt dran dass hier der fuß locker ist nicht angespannt ist nur so wenig anspannen überhaupt wie möglich möglichst zu lassen möglichst passiv bleiben und dann genießt wieder den unterschied wie ist es jetzt passiv die rechte seite zu denen im vergleich zur dynamischen bewegung von vorher vielleicht ganz auch unterschiede zwischen der rechten und der linken körper seite feststellen auch hier wieder nicht bewerten einfach beobachten was da und dann letzter tiefe einatmen hier und ausatmen und entspannen die bauchmuskulatur an komm langsam wieder mit dem oberkörper zur mitte leg das kissen weg falls du es hattest oder die anderen hilfsmittel die du benutzt hast streckt die beine noch mal aus schüttelt die ganz feste klopft dann die beine noch mal aus super und dann geht es weiter im vierfüßler stand beziehungsweise dem kind das heißt komm jetzt mal auf hände und knie wenn du empfindliche knie hast dann breite jetzt schon mal deine decke aus so dass du sie unter die knie bringen kannst dann kannst du jetzt hier erst mal die zähne aufsetzen damit wir auch die füße so ein wenig in die bewegung wirklich mitnehmen und aktivieren dann bringst du die arme nach vorne in so einer kindesposition wir bleiben nicht lange hier es geht uns jetzt um so ein bisschen zu ein bisschen in die dynamische bewegung auch für die wirbelsäule zu kommen das heißt du schiebst dich mit dem einatmen möglichst nah an der matte nach vorne mit dem hohlkreuz und kommst dann schiebst du dich hoch drückst die hände fest in die matte kommst in eine einen runden rücken in die sogenannte katze und schiebst dich wieder zurück ins kind und dann kommst du wieder möglichst nah unten am boden mit dem oberkörper nach vorne in diese kuh und dann schiebst du dich wieder von hier aus in die katze und wieder zurück auch hier zehn mal in deinem eigenen atemrhythmus bei mir kommt jetzt der fünfte noch zwei jetzt bei mir jetzt kommt der achte hier und wenn du jetzt beim zehnten bist dann schiebst du dich nach vorne 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 und kommst in eine bauchlage und ansonsten wenn du schon wieder im kind warst wenn du früher fertig warst schieb dich einfach jetzt nach vorne in die bauchlage und dann kommen wir in das war jetzt die dynamische variante und jetzt kommen wir in die ruhe variante in die sogenannte swings position das heißt du kannst jetzt die ellbogen ungefähr unter die schultern bringen oder etwas weiter nach vorne und lass den po entspannen schau mal wie du die beine ob die sie weiter auseinander nehmen willst und etwas näher zusammen was dann unterer rücken dazu sagt auch ob du die fersen eher ein bisschen nach innen bringst oder eher nach außen fallen lässt schau mal wie es dir jetzt mit dem unteren rücken geht wir wollen bewusst eine kompression im unteren rücken in der nierenregion sehr gut für die wirbelsäule und auch stimulierend eben für die ganze nierenregion und jetzt ist eben die frage wenn dir das schon sagt wenn du da sagst das ist mir zu viel dann lass die ellbogen weiter auseinander gleiten komm tiefer ganz gerne auch einfach die fäuste übereinander stellen und halt auf so eine position kommen oder sogar noch tiefer sobald du eine kompression im unteren rücken spürst die für dich noch angenehm ist bleib dort und ansonsten komm einfach in die bauchlage mit den händen auf der stirn also alles das taste dich an dieses swings langsam ran wenn es für dich okay ist auf dieser höhe kannst du entweder die handflächen vorne auflegen oder du legst die hände so auf die daumen wird der nacken noch ein bisschen gestützt kannst die gegenseitigen ellbogen fassen den nacken locker lassen all das schau mal wie es dir jetzt in dieser sphinx am besten geht wie gesagt versuch möglichst den po wenig anzuspannen nach dem bauch wenig anzuspannen wenn das gefühl dass es hilft ein bisschen spannung in bauch und po zu bringen dann mach das aber versuch es wirklich auszutarieren das möglichst viel loslassen noch an qualität in dieser pose ist bleiben jetzt auch nicht so lange hier aber gerade diese bewegung ist für die wirbelsäule wirklich sehr gut wenn man viel am schreibtisch von über gebeugt sitzt ich selbst habe da mit der mobilität der wirbelsäule sehr sehr gute erfahrungen in den letzten jahren gemacht ich habe mich auch ganz ganz langsam herangetastet an diese sphinx ich konnte am anfang gar nicht lange dort bleiben und habe immer gedacht wieso ist das eine yin position das ist doch kann man doch gar nicht so lange halten nur ich habe eine skoliose in der wirbelsäule und alle rückbeugen sind immer sehr sehr schwer gefallen und durch die sphinx habe ich wirklich viel mehr flexibilität für mich selber in der wirbelsäule erreicht und es ist eben nur meine persönliche erfahrung du musst immer deine eigenen erfahrungen machen und ja deshalb sage ich auch taste dich wirklich langsam heran und dann nimm auch hier die letzten atemzüge mit dem nächsten ausatmen lass wirklich die ellbogen auseinander gleiten bring die stirn auf die gefalteten hände bleib einen augenblick hier du kannst gerne mal die fersenrichtung po bringen und dann so nach rechts und links fallen lassen als scheiben geschaffen sehr sehr schöner ausgleich und dann leg die beine wieder ab und dann kannst du dich ganz einfach mal umdrehen von hier aus auf den rücken und dann haben wir noch zwei bewegungen für die wirbelsäule und dann sind wir fertig das heißt wir haben jetzt einmal noch die drehhaltung und dann einmal eine umkehrhaltung bei der drehhaltung machen wir auch wieder jetzt zuerst die dynamische bewegung und dazu kannst du zwei varianten wählen das heißt entweder bringst du jetzt einfach mal die beine weiter auseinander auf der matte und lässt abwechselnd die beine so nach rechts und links fallen wieder in so einer schreibenwischer position kannst dabei auch die arme gerne öffnen und so dass du auch noch mehr öffnung auf der vorderseite des körpers spürst mehr dehnung auf der der brustmuskulatur und der vorderen schultermuskulatur oder du ziehst die knie etwas an sodass die unterschenkel ungefähr 90 grad sind und dann lässt du die beine abwechselnd nach rechts und nach links fallen das erfordert ein wenig eben mehr bauchmuskelkraft und du musst die beine er führen sie sollen ganz gezielt langsam von rechts nach links bewegt werden koordinier das mit einem eigenen atem und entscheide dich wie du dich heute fühlst denk dran dass nicht dein ego entscheiden sondern wirklich dein bedürfnis des körpers was du heute hast also wenn das hier die bessere variante für dich heute ist dann bleib hier wenn du sagst nein ich brauche heute auch ein bisschen mehr aktivität im bauch und rückenraum denn du musst den unteren rücken wirklich fest in die matte pressen du brauchst die bauchmuskulatur auch ein teil der rückenmuskulatur schau wirklich was ist heute deine bewegung und dann mach noch ein paar runden egal wo auch immer du bist kannst es auch ein wenig abwechseln wenn du magst ein paar runden so und ein paar runden so und dann entscheide dich in welcher position du jetzt dann auch zur ruhe kommen möchtest wenn du hier warst kannst du sehr gerne einfach mal die beine nach rechts fallen lassen so wie sie jetzt sind schau mal wie sich das anfühlt vielleicht möchtest du noch mal zurückkommen erst das becken nach links versetzen und dann die beine rüber fallen lassen schau mal was es für einen unterschied macht und dann richte dich wirklich so ein wie das passt wenn du das gefühl hast ist es schön wenn du dein rechtes bein unterlegst mit dem kissen oder dem bolster dann macht das dann wird das ganze eben noch passiver dann wärst du hier oder wenn du in dieser variante warst lässt die beine zusammenfallen kann es ganz toll sein zum beispiel das kissen zwischen die beine zu nehmen oder eben auch wieder drunter zu legen unter das rechte bein oder eben auch auf das bolster finde wieder deine variation der oberkörper ist richtung decke und du kannst auch mit dem nacken entscheiden was du machen möchtest möchtest du neutral gerade ausschauen möchtest du zu deinen knien schauen möchtest du weg von deinen knien schauen auch wieder die arme du kannst sie ganz über den kopf nehmen was ich gerne mache es zum beispiel ich nehme sie gerne unter den schädel so dass mein kopf schön war ich liegt und dadurch werden auch noch mal hier trotzdem die vorderseite des körpers gut gedehnt nur also schau einfach mal was für dich jetzt eine schöne position für die arme ist und dann bleibt für einen augenblick wieder in der ruhe gleichmäßig ein und aus und dann genießt die letzten atemzüge mach dich langsam bereit hat mir noch mal aus und mit dem einatmen löst du die hände steckst die ellbogen fest in den boden die wie ist die körpermitte und wo auch immer du bist bringst du die knie zurück zur mitte wenn du dein becken versetzt das setzt wieder gerade bleibt ein augenblick in der neutralen mitte spiel nach und jetzt kommt noch mal in deine variation bevor wir zur anderen seite gehen wieder der dynamischen bewegung das heißt lass die beine noch mal nach rechts und links entweder so fallen oder eben bringen sie noch mal 90 grad und lass sie dann fallen nach rechts und links auch hier wieder mit der arm variation deiner wahl kannst die arme jetzt auf der anderen seite auch mal anders nehmen also keine grenzen gesetzt noch mal ganz bewusst in die bewegung spüren die hüfte und körpermitte gleichermaßen und dann kommt zur ruhe und lass wieder entweder versetzt jetzt das becken wieder ein stück nach rechts und dann lässt du entweder mit den aufgesetzten füßen die beine wieder nach links fallen gerne unterlegt oder eben du kommst wieder mit den knien 90 grad und lässt dann die beine nach links fallen schau einfach wirklich dass deine schultern geerdet bleiben und dass sie beide auf der matte liegen dass jetzt hier in fall auch deine rechte schultern nicht hochkommt oder so wenig wie möglich hochkommt und dann schau dass du eben wieder den oberkörper richtung decke wendet und mit deinem kopf das machst was ihm am besten gefällt dass dem nacken am besten gefällt und dann kommen wieder zur ruhe und dann kommen wieder zu einem gerendetigen Und dann die letzten Atemzüge hier. Atme aus. Bring mit dem Einatmen die Hände wieder neben den Körper, also die Arme wieder neben den Körper. Stütze dich auf mit den Ellbogen. Aktiviere die Körpermitte und bring die Beine wieder parallel. Hüfte wieder neutralisieren. Hier nochmal kurz nachspüren, wie es dir jetzt geht. Und dann kommen wir zur letzten. Übung für heute mit der Umkehrhaltung. Ist auch gleichzeitig nochmal eine leichte Rückbeuge, obwohl wir die jetzt schon hatten. Aber das passt einfach jetzt ganz gut. Und jetzt ist es am besten, wenn du dir eben ein wirklich festes, hartes Kissen bereitlegst. Ein Bolster oder eben einen Yoga-Block. Und dann kommen wir erst in die dynamische Bewegung wieder für dich zehnmal selber in deinem eigenen Atemrhythmus. Und zwar bring jetzt die Fersen nah an den Po. Stütz jetzt immer die Füße fest in den Boden. Spann den Bauch an. Mit dem Einatmen kommst du hoch mit den Armen über den Kopf und deinem Becken vom Boden weg. Versuch, dass die Knie nicht so sehr auseinanderfallen. Also wirklich, dass du die Oberschenkel wieder anspannst. Eben den Bauch anspannst. Den Po anspannst. Und dann ausatmen. Kommst du wieder zurück. Nochmal wirklich eine Kräftigungsübung. Einatmen. Kommst du nach oben. Das ist eine Umkehrhaltung, weil du eben merkst, dass jetzt dein Herz über dem Kopf ist. Und dann, wenn du hochkommst und dann wieder ablegen. Wie gesagt, zehnmal in deinem eigenen Atemrhythmus. Ich bin jetzt bei sechs. Und jetzt kommt bei mir noch zwei. Jetzt bin ich bei neun. Und bei zehn. Und dann kurz nochmal absetzen. Nochmal kurz nachspüren. Wieder die Wärme, die jetzt diese Bewegung im Körper erzeugt hat. Die Energie. Wo spürst du das jetzt am meisten? Und dann nimm dir jetzt dein festes Kissen, dein Bolster oder deinen Block zur Hand. Und stoß nochmal die Füße in die Matte und bring den Block unter dein Kreuzbein. Also es ist die knöchernde Platte über dem Steißbein. Du legst nicht zu weit in den unteren Rücken. Und dann leg dich auf diesen Block ab. Schau mal, wie das für deinen Nacken passt, wenn du das Gefühl hast, der Nacken ist jetzt nicht in einer optimalen Position und wird irgendwie komprimiert. Dann leg dir ein Kissen unter oder die gefaltete Decke unter den Kopf, sodass du möglichst wenig Druck hier auf der Halswirbelsäule verspürst. Und trotzdem ist jetzt noch hier eine Umkehrhaltung gegeben, weil dein Becken erhöht ist und du mit dem Herzen über dem Kopf quasi bist. Und dann finde ich hier auch wieder eine Position für die Arme, die für dich passt. Und dann bleib gerne für einen Augenblick hier. Spür mal, wie es dir damit geht. Wenn der Block dir zum Beispiel zu hart ist, leg dir ein Handtuch da drüber oder eben die Decke noch darauf. Und dann lass dich wirklich sinken hier. Das ist also so eine Kombination aus Rückbeuge und Umkehrhaltung. Und wenn du noch für dein Nervensystem einen beruhigenderen Effekt haben möchtest, dann zieh jetzt mal das rechte Knie an und bring erst das rechte Bein nach oben. Zieh das linke Knie an, bring das linke Bein nach oben und schau mal, ob das hier eine Version für dich ist. Das nennt sich Viparita Karani, ob du in dieser Position dich noch wohler fühlst, vielleicht in der Umkehrhaltung. Aber wenn du das Gefühl hast, das ist dir so anstrengend, die Beine oben zu halten und vielleicht ist es auch generell heute dir zu viel Druck auf dem Nacken, auf dem Schulterbereich. Dann nimm die Füße wieder runter und komm wieder in diese unterstützte Schulterbrücke. Wie gesagt, du bist selbst dein bester Lehrer. Entscheide dich, wo du noch die nächste Minute bleiben möchtest und atme gleichmäßig ein und aus. Entscheide dich, wo du noch die nächste Minute bist. Entscheide dich, wo du noch die nächste Minute bist. Und dann mach dich langsam bereit, aufzulösen. Wenn du in Viparita Karani warst, bring jetzt langsam die Füße auch wieder runter in die Schulterbrücke. Bleib noch einen Augenblick hier. Erde dich erst mal wieder ein wenig. Und dann stoß nochmal die Füße fest in die Matte, heb dein Becken, entferne dein Hilfsmittel unter dem Körper und senk ganz langsam den Po wieder auf der Matte ab. Zieh mal die Knie Richtung Brust in Apasana. Und dann kannst du hier mal Bewegungen machen. Schön kreisen oder hin und her schaukeln. Und dann setz die Füße auf und entscheide dich, ob du jetzt in dieser Position gerne Shavasana machen möchtest oder ob du die Beine ausstreckst. Hände neben dem Körper, Handflächen nach oben oder unten. Und dann komm ganz nochmal in Ruhe bei dir an. Spür für einen Augenblick den Körper auf der Matte. Spür, wie es dir jetzt geht. Und nach diesem Wechselspiel zwischen Aktivität und Ruhe, zwischen Anspannung und Entspannung. Und dann musst du gar nichts mehr tun, dann darfst du einfach nur noch sein in Shavasana. Spür, wie es dir jetzt geht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wenn du wieder ganz im Hier und Jetzt angekommen bist, dann kannst du die Augen wieder öffnen. Willkommen zurück. Ja, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist, dass du dich auf das Wechselspiel von Bewegung und Ruhe, von Anspannung und Entspannung eingelassen hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, fände ich das toll, wenn du das tun würdest und auch, wenn du die Glocke aktivierst, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Ich danke dir sehr für diese gemeinsame Praxis mit einem Luca, Samastas, Suki no Babantu. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Deine Yvonne